Mein Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Let's go, würde ich mal sagen. Und herzlich willkommen zu Let's Play Together GTA 5 mal wieder. Okay. Okay. Oh, süß, ey. Ein Hündchen. What the fuck, Alter? What the fuck? Hey. Hey. What the... Hilfe. Ich habe gar nichts gemacht. Nein. Ey, das gibt's jetzt. Nein, nein. Vom Hund getötet, Leute. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Also ich sehe jetzt nicht unbedingt aus wie eine Fleischwurst oder so. Boah, Alter, Mann. Das geht ja ab hier. Jetzt habe ich bestimmt eine vollfette Krankenhausrechnung von diesem blöden Scheiß Doki Köter. Na, warte. Den werden wir bestimmt nochmal finden. Da hinten habe ich den zuletzt gesehen. Dann packen wir mal die MG aus. Da vorne ist, glaube ich, irgendwas. Ey, ich glaube, das ist der Besitzer von dem Scheiß Hund. Du bist ein totaler Moron, Toilette. Äh. Mist. Die Waffe klemmt. Na, nehmen wir die Zweitwaffe. So, das ist für dich, für deinen Scheiß Hund, dass er mich angegriffen hat. Was haben wir denn da schönes? Hm. Kann ich genau lesen, was das bedeutet? Ist das ein Feuerlöscher? Warte mal. Sniper auspacken? Es sieht mir aus wie ein Feuerlöscher. Oh, shit. Das ist kein Feuerlöscher. Das ist eine verdammte Gasflasche. Oh. Explodieren kann das Ding auch noch. Oh, was denn da passiert? Entschuldigung, kann ich helfen? Was ist passiert? Hallo. Hallo. Ähm. Ich wollte nur sagen, ich habe hier gerade eine Pumpkanne in der Hand. Okay, das interessiert es hier nicht. Ich weiß, aber. Oh, nein. Ich werde mich doch nicht ergeben, Leute. Kämpfen. Das ist so ein bitterer Schluss. Boom. Boom. Dieser Köter. Da ist er. Bam. Bam. Wow, wow. Die Tierschutzpartei guckt auch zu. So. Tierschutzpartei. Ja. Natürlich. Juuu. Oh, scheiß Bullen. Die haben doch überhaupt keine Chance gegen mich. Okay, ich hau lieber ab. Rück hier. Kann ich wieder. Oh Gott. Ich vergesse gar nicht, dass da ein Heli am Himmel ist. Ich wollte doch nur den Hund abknallen und schon haben wir die fette Schießerei am Start. Gehen wir mal da rein. Natürlich. Rara ist viel zu fett. Der kommt gar nicht da rein. Schleichmodus aktiviert. Habe ich irgendwo eine Bazooka? Aber eine fette Sniper habe ich am Schießerei. Diesel. Ja. Ich hatte eine Sniper in der Hand. Außer Gefecht und schon wieder eine fette Rechnung von 50.000 Dollar. Da kann ich mir ja theoretisch auch gleich einen Porsche kaufen, Alter. Oder gleich einen Krankenhausauf machen. Was die da verlangen? Für eine kleine Krankenhausrechnung. Dieser ist ja mal der Wahnsinn. Er ist halt abgekühlt. 85 Dollar. Okay. Abkühlung ist auch mal schön. Wo haben wir denn eine geile Karre, die wir uns gerippen können? Na toll. Die haut ab. Komm. Die holen wir uns. Oh nein. Sie haut ab, die Karre. Das gibt es nicht. Ich brauche ein verfluchtes Fahrzeug, Leute. Da vorne. Hallo. Stopp. Polizeikontrolle. Mit Headshot geht alles. Jetzt fahrt die Karre auch noch weiter. Stopp. Na toll. Das weiß auch jeder, wo die Position ist. Vielen Dank auch. Warte mal. Zack. Radio aus. Und weiter geht's. Oh. Einen Stern hab ich. Jetzt muss ich versuchen, den loszuwerden. So. Mal gucken, wo ich mich überhaupt befinde hier. Ich bin ja mitten in der Eimöde. Hm. 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 Das sieht mir aus wie Hangar bei Shores irgendwas. Das ist der Landeplatz von irgendwas. Und da haben wir einen Tattoo-Studio. So. Dann gehen wir mal ins Tattoo-Studio. Machen wir uns mal ein fettes Tattoo. Einen neuen Tattoo. Schlangen-Tattoo oder irgendwas. Willkommen in der Shop. Oh, shit. Das wollte ich aber auch nicht sehen hier. Diesen Affen-Körper. So. Linker Arm. Kann ich. So. Drogenschädel. 70 Dollar. Sieht man das? Äh. Äh. Tierkreiszeichen. Na, das nehmen wir. Kaufen wir das. Und wir pissen uns gleich wieder. Ja, toll. Ich kann dich nicht mal verprügeln. Kann ich dich wenigstens ausrauben? Ich will dich aber ausrauben. Kommt schon. Alarmiert die Bullen. Alarmiert die Bullen. Büllchen, wo seid ihr? Ja, toll. Wenn man die Poleten braucht, braucht man sie nicht. So, das ist ein Überfall. Geld her. Gib mir dein Geld, Mann. Okay, Leute. Das war Let's Play Together. GTA 5. Ich sag tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube ist gekommen auf der Playstation 3. Tschau.